Tele 1 Nachrichten mit Thomas Ermi Donnerstag, 5. April, willkommen zur Sendung. Heute unter anderem mit diesen Themen. Die Gewerbler haben Angst, Kunden zu verlieren. In der Stadt Zug sollen die Parkplätze auf dem Postplatz bleiben. Der Kanton Zug schliesst besser ab als geplant. Trotzdem ist für die Regierung klar, dass man weiter sparen muss. Und der Tatort verabschiedet sich aus Luzern. Das SRF dreht die Krimiserie ab nächstes Jahr in Zürich.